Hallo, ich bin Madame Wormuth. Dies ist ein Übungsvideo zu dem, was du bisher über das Passé-Composé gelernt hast. In den letzten beiden Videos habe ich dir Allgemeines sowie die Bildung des Passé-Composé erklärt. Diese zwei Videos solltest du zur Vorbereitung auf diese Übungen gesehen haben. Nach diesen zahlreichen neuen Verben und Wiederholungen bist du jetzt wieder mal dran. Bilde zu diesen Infinitiven das Passé-Composé. Vorsicht, es sind auch Verben aus dem letzten Video dabei. Halte das Video jetzt an, nimm dir Papier und Stift und bilde die Partizipien. Im nächsten Bild schreibe ich jeweils das richtige Passé-Composé hin. Zur Übung kannst du die Infinitiven... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Du kannst außerdem in diesem Teil machen, und dabei kommen wir den rangerend habilsek, die in dreiVIN επιfahren an. yn Lernz Die Ursache